Leute, was geht ab? Leute, Hong hier. Gerade nach dem Crest Day machen wir direkt eine kleine Latias Raid Tour. Erster Latias Raid. Ich sehe es. Er ist Gold. Es freut mich. Dann sehe ich die WP. Auf jeden Fall, ich sehe die WP und sie sind einfach nur richtig leidend. Ja, mei. Egal. Wenigstens Shiny. Aber ihr wisst, ich will einen 96er oder mehr. Also ich hatte eigentlich nie Glück mit Legionären und Shinies, aber... Ich bin zu gierig. Ich bin zu gierig. Oh mein Gott! so gerade ein bisschen gerannt um diesen raid hier noch zu erwischen extra arena die parker spawnen auch jetzt wieder vermehrt was leidend ist anscheinend gefangen leider leidend 1wp relativ hoch aber leider auch 93 wp zu wenig die jagd geht weiter leute so so schauen wir mal und noch wieso dieser agenda so wichtig ist direkt neben der stabi stadtbibliothek sehr saubere sehr gute toiletten weil ich brauche eine pinke pote also wie technisch schon mal sehr schlecht der braucht nicht wahrscheinlich sein was hat denn der kleine 88 und ich habe noch nicht den dreh heraus wie man hier farbel abdrift bei dem da brauche ich noch ein paar versuche aber das braucht ihr nicht mit ansehen so nächste rate tut mir leid dass ich mit stolz kämpfe ich verspreche ihnen nicht zu heulen schauen wir mal neben mir werden links und rechts die 96er gefangen mit 15 angriff genau wie die die ich haben will 74 tot 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 shiny check auch nicht aber der muss eh nicht sein ok leute ich habe ein 100er park hier aber er ist auf dem kleinen der kleine ist zu kurz man hat letztens schon 100er kyoko sich gegönnt und ich bin verzweifelt nach dem ich such verzweifelt nach einem 96er und der kleine schnappt sich einfach ein 100er mann wird ziemlich verarschen also noch hat ihn nicht wir dürfen uns natürlich nicht zu früh freuen aber ich habe gerade ein 98er für eine kollegin gefangen also ich fühle mich eigentlich gut er ist aber raus einfach verbraucht das wollen wir sehen auch nicht mal gewackelt nicht einmal gewackelt junge ihr seht jetzt kein bildschirm weil das handy ist richtig alt wenn ich bildschirm anmache dann lekt es einfach nur bildschirmaufnahme einfach faulacht nicht mal gewackelt einfach vorbelach zum dritten es wackelt es hat einmal gewackelt wir verbessern uns oh mein gott der will nicht man der will nicht nicht vorbelach einfach nur gewackelt ich habe auch gewackelt ja vielleicht ich habe es dort ich habe es hier ich habe es hier aber okay ich bin ich habe es hier das ist hier das ist hier die Einfach verbläuft, perfekt. Digga, er wackelt nicht mal. Was ist das, Mann? Tu mir das nicht an. Auch wenn es so der Kleiner ist. Auch wenn es so der Kleiner ist. Einfach verbläuft. Alter, einmal gewackelt. Alter, ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh mein Gott, es leckt. Oh mein Gott, es leckt. Es leckt. Nein. Oh, okay. Nur noch sieben Bälle. Komm runter, komm runter. Einfach verbläuft, komm. Mehr kann ich nicht machen. Da ist er. 100% auf dem falschen Account. Wie beim letzten Mal. 2006 hier für euch, Leute. Oh mein Gott, ich bin so müde. Quest Day. Dann Latias Raid Tour. Dann nach Hause. Quest Day Video. Dann gearbeitet. Und jetzt nochmal. Also Normalarbeit. Und jetzt nochmal das Latias Raid Video für morgen. Also für euch jetzt dann. Und dann morgen früh aufstehen. Mich mit dem Kollegen vom Video treffen. TZ. Und dann nochmal das Interview drehen. Und dann auf Retour gehen. Voll, voll, voll. Aber. Jetzt noch. Zum Abschluss. Wo ist es? Ne, weiter unten. Weiter unten. Push ich noch. Ja. Mein 100er Perlu. Wir haben jetzt während des Events um die 100.000 gemacht. Während den 3 Stunden. Und die werden direkt wieder verballert. Ich werde den nicht entwickeln. Aber offensichtlich. Erstmal habe ich nur einen. Zweitens kann ich nicht entscheiden. Ja. Was daraus wird. Und da ich jeden einmal auf Max haben will. Also rein theoretisch. Bei Zweigentwicklung reicht es mir. Wenn ich die Grundstufe auf Max habe. Sprich. Keine Ahnung. Auch bei Capoeira und Nocchan und Kikio oder sowas. Reicht es mir glaube ich. Wenn ich einfach mal ein 100erer Bot maxe. Ist also eine kleine Notlösung. Aber am besten wäre es natürlich krass. Wenn man alle 3 auf 100 hat. Zum Beispiel. Oder jetzt hier alle beiden. Aber ja. Naja. Wobei an sich. Eih. Das ist ziemlich dumm von mir. Ja. Schau mal wo. Ja. Ich weiß nicht. Bei Capoeira und Nocchan und so. Ist ja natürlich ein bisschen anders. Weil die kann man auch wild fangen und sowas. Und von dem habe ich halt nur den. Ja. Ja. Wird schon befassen. Alter. Obwohl die Zweifel jetzt mich. Äh. Puscher war. Ist egal. An sich habe ich ja auch ein 98er. Und werde mir ja versuchen. Beide Endstufen auf Lucky. Zu tauschen. Ähm. Weil ich erstmal muss ich versuchen beide in Lucky zu bekommen. Was schon. Entweder. Ich habe ich Glück und. Ich brauche nur zwei Versuche. Also direkt beim ersten Mal. Jeweils. Die eine Entwicklung und dann die andere. Oder. Ich leide und brauche mehrere. Und dann muss es ja auch noch gut werden. Ja. Ich denke das ist schon so. Ich denke das ist schon in Ordnung so. Dass ich einfach den auf 100 habe. Wird schon passen. Das ist eh Gen 4. Für sie mal. Ne. Gen 3 ist das oder? Gen 3. Ja. Ah ja. Fuck. Jetzt habe ich selber keine Ahnung. Von meinem Plan hier. Zwecks allem Pushen. Weil ich Pusche auch zum Beispiel nicht alle E-Kognito-Bustaben. Sondern. Habe einen jetzt gemaxed. Was halt schon in Ordnung ist. Aber Pusche zum Beispiel alle vier Formen. Formen. Genau. Aber Pusche zum Beispiel nur ein Pandir. Also. Ich habe selber noch keinen Plan. Was ich da alles genau Pusche. Bei den verschiedenen Formen. Bei dem ist es halt jetzt komisch. Muss mal schauen. Ja an sich kann ich den ja auch entwickeln. Dann habe ich eine Form auf Max 100. Und die andere Form muss ich dann halt versuchen. Auf Lucky teilweise gut zu bekommen. Ja das kann man schon machen. Ah ok. War auf jeden Fall kein Fehler den zu Maxen. Kann man schon mal machen so. Ich denke es ist in Ordnung so. Bombungstechnisch braucht man natürlich noch ein bisschen mehr. Weil. Ja. Wie gesagt. Kommt auf die Versuche an wie viel man braucht. Für beide Luckys. Push. Ja. Immer schön drauf achten. Nicht dass ich irgendwie auf. Zweite Ladeattacke komme oder sowas. Das ist natürlich auch gefährlich. Vor allem. Das X hier. Wenn man mal daneben klickt. Dann klickt man direkt auf neue Attacke. Und die haben auch eine Menge Staub verbraucht leider. Ich muss echt aufpassen. Mit dem Staub. Unser nächstes Ziel ist natürlich Latias. Der sollte auch gemaxt werden. Bis dahin jetzt die Woche noch ordentlich Staub machen. Oh genau bei 2,50 stehen geblieben. Ja. 100% Max Perlu. Wie so auch immer. Aber ihr wisst ich push alles einmal auf Max. Ja. Das war es von mir Leute. 100er Latias gefangen. Leider auf dem falschen Account. Und ein Shiny. Leider schlecht. Ich bin die Woche auf jeden Fall unterwegs. Auf Raid Tour. Ganz viele Latias jagen. Bis ich da mein mindestens 96%. 15 angefarbe. Den ich dann maxen kann. Mal schauen. Ob ich es schaffen werde. Bin gespannt. Euer Latias aus heute. Und in die Kommentare. Wie läuft das bei euch so. Ansonsten. Wird mal liken. Subscribing. Kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mal auf Instagram. Facebook. Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist hier das Business.